ja guten abend und hallöchen erst mal ja ich habe gedacht noch mal ein kurzes video da ich ja nun mehr in aktiv bin als aktiv auf diesem kanal das licht 1000 ausreden habe ich nicht aber ich habe einige projekte die für mich jetzt wichtiger sind als mein gaming kanal zu fliegen ganz ehrlich und aber ich möchte hiermit sagen dass ich es nicht vergessen habe ich werde sehen dass ich da noch immer content hochlade im moment ist da noch ziemlich viel alter kram vor allem mein live streams dass ich auch lange nicht mehr gemacht habe dass ich könnte jetzt versprechen war es kommt jetzt selbst jetzt rocke ich richtig los kommt jetzt einmal die woche live streamen und alle zwei tage video nein nein kommt nicht gleich direkt hinaus es wird immer zwischendurch was kommen wenn ich dann spiel zocke nur anzocke ich schaffe jetzt keine vollständigen serien habe ich schon seit jahren nicht geschafft durchzuspielen eng eine serie werde ich dann hier und da mal was hochladen und das dann gegebenenfalls zeitnah freischalten was immer wieder passieren wird dass ein paar ältere videos freigeschaltet werden vor allem einige mitternacht streams die kommen nach nach freigeschaltet nicht unbedingt chronographisch korrekt oder so ist gerade so wie ich dann mal schnell zeit habt ein kanal zu gehen was zu klicken ja so das wollte ich nur sagen ja ihr seid nicht vergessen ich schaue hin und wieder immer wieder auf diesen kanal das das tue ich nicht mit regelmäßigkeit aber das mache ich öfters und gucke ich dann scrolle ich so durch was denn noch da so an alten daten sind die freigeschaltet werden sollten damit das auch von euch gesehen werden kann oder wenn ihr da mal ins live stream verpasst deshalb das mal vor jahrzehnten lief nach hinein noch mal sehen könnt das heute habe ich glaube gerade ist ein freigeschaltet älteres müssen wir mal gucken genau so das wollte ich eigentlich nur sagen das muss reichen einfach jetzt überlegen ob ich jetzt sage heute mit spiel noch also zocke ich noch ein spiel und ich werde das aufzeichnen oder vielleicht sogar live stream naja da weiß ich das nicht ob ich das tue ja bocke ich jetzt schon aber ich habe jetzt noch noch dinge zu tun das geht ja die meiste meiste zeit es hat mein zweitkanal den findet ihr all to be punkt eu eingibt dann landet die automatisch auf den kanal und dann werdet ihr sehen was so eher die richtung ist das geht dann eher zu konzerten musical und unseren regionalen kinder chor und so dass das ist so mein thema gerade und das ist natürlich passt natürlich nicht auf diesen kanal deswegen ja ist diese ja auch ein bisschen wird dieses stiefmütterlich behandelt von mir ja ne aber ich versuche euch nicht zu vergessen werde ich auch nicht aber es sind es sind halt ja andere zeit man passt sich der gegebenheit an man hat andere themen und deswegen ist das hier so ein bisschen bisschen zu kurz geraten oder bisschen hart zu kurz geraten ganz ehrlich ist natürlich viel zu wenig los hier aber ich werde eben halt versuchen dieses nicht ganz zu vergessen und es hätte hin und wieder dann doch mal video hochgeladen und ein aktuelles video hochgeladen nicht dass er nur den alten scheiß geschaltet kriegt ja so das wollte ich einfach mal sagen in dem sinne habt euch wohl bis demnächst vielleicht so hier playstation 2 sicher das einstellungs screen so und die uhrzeit 20 uhr 5 genau schöne zeit prime zeit ne muss gucken so erstmal fernseh anreißen und auf die couch hohohoho nein nein ich habe noch was anderes zu tun alles klar habt euch wohl bis dann ciao